Daniden liegt jetzt hinter mir. Das ist der Weg Richtung Daniden. Hier ist die Hauptstraße direkt am Strand. Kilometerlänge Strände ohne eine Menschensäle. Hier oben am Horizont, das ist Daniden, ganz hinten. Was jetzt kommt, ist ein ganzes Stück bis Thayeri Moos, nur Pazifik, Strand. Das ist ein ganzes Stück bis Thayeri Moos. 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 Das ist dann dein dedicator. Und jetzt kommt es zu 안녕하세요. Das ist das Stück bis Thayeri Moos. Das ist das Stück die Herrscherin. Untertitelung des ZDF, 2020